Ein Web-Editor ist ein Redakteur, der in der Regel für Online-Medien-Unternehmen arbeitet. Ein Web-Editor ist dafür verantwortlich, dass Artikel online geschrieben oder geschrieben werden. Die Arbeit eines Web-Editors ist der Arbeit eines gewöhnlichen Redakteurs sehr ähnlich, mit dem wichtigen Unterschied, dass sich ein Web-Editor auf Online-Texte spezialisiert hat. Inhaltlich unterscheiden sich die Berufe nicht wirklich voneinander, außer dass keine physische Zeitung oder andere Zeitschrift verwendet wird. Web-Editoren werden heutzutage immer wichtiger, da die meisten Verlage das Internet nutzen, um die Leser mit Informationen zu versorgen. Die meisten großen Redaktionen verwenden heute Web-Editoren. Die inhaltliche Arbeit eines Web-Editors unterscheidet sich nicht wirklich von der Arbeit der schriftlichen Medien, mit dem wichtigen Unterschied, dass ein Web-Editor über die notwendigen IKT-Kenntnisse verfügen muss. In der Regel ist ein Web-Redakteur für die Redaktion von Texten und die Verwaltung der verschiedenen Redaktionen verantwortlich. Denken Sie zum Beispiel an Texter, Grafikdesigner und Journalisten. Neue Ideen zu entwickeln und zu entwickeln, gehört auch zur Arbeit eines Web-Editors. Weitere wichtige Aktivitäten sind die Aktualisierung der Websites und beispielsweise die Überwachung der Besucherzahlen. Der Beruf des Web-Editors sollte auch als ziemlich allgemein angesehen werden, da der Beruf des Web-Editors in der Praxis auf unterschiedliche Weise auftritt. Zum Beispiel kann ein Web-Redakteur auch dafür verantwortlich sein, Artikel ohne die Beteiligung anderer Redaktionen zu schreiben. In jedem Fall ist ein Web-Redakteur für den Inhalt von Websites verantwortlich, einschließlich der Pflege von Websites. Ein Web-Editor muss nicht für Medienunternehmen arbeiten, denn auch andere Unternehmen können eigene Web-Editoren haben. Mesdem ein Web-Editor ist, kann man sich anschauen können.